ja halli hallo liebe hochzeitsfreunde ich bin sertenchi und heute wird geheiratet ja ja in einem tag dauert noch ich könnte ja irgendwie schon sagen dass sie mal was machen sollen hier oder in der zeit dürfte ja kein problem sein wenn ich dir jetzt sag mach mal was the white enemy ist nicht so toll das hier ist immer noch richtig krass und kommen gerade die walkthroughs von den no one can stop the zombies ist so geil die walkthroughs die laufen so gut frage mich nicht warum du machst mal ein walkthrough aber die dings sind leider kacke die gameplays sind scheiße davon ich verstehe es auch nicht warum so walkthroughs laufen echt gut der white enemy habe ich vorhin gesehen das ist total scheiße angekommen ach das war bloß ein walkthrough was scheiße ankam vielleicht laufen die gameplays ja besser wäre auch geil hier der genauer auftrag wir müssen weitermachen leider müssen immer weitermachen weil sonst verlieren wir die abonnenten und die lisa leute das wisst ihr vielleicht nicht die lisa ist ziemlich krass hinten dran mit den abonnenten also die kann uns überholen wenn wir pech haben obwohl sie die ganze zeit bei uns rum hockt und einfach nur rum zockt und so hat die mehr abonnenten als wir das ist wie so ein unge nisch machen aber auf den abos kriegen nein der unge macht schon einige sachen so ist ja nicht so leute jetzt wird es richtig ernst bald oh ja da 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 und wir sind gleich im nächsten dings präsentation am 7 dezember ist mir scheiße ja hochzeit wir feiern hochzeit jetzt geht's los ob das geld kostet ich glaube nicht weil geld haben wir nicht verloren so leute wir sehen uns wieder da bin ich ein ehemann dann heißt die lisa nämlich lisa tenji nee dann heißt sie lisa von snoops kanal oh weh du lehnst jetzt meinen kuss ab ey rast dich aus möchtest du meine frau werden sag ja oh sie will alter was für ein kuss ach ist das süß ist das süß war das nicht süß leute ach das war süß so jetzt mal alle wieder da ich habe schöne klamotten für dich gefunden und konnte nicht widerstehen hallo tenji ach du scheiße sag bloß die gibt jetzt geld für uns aus haha das ist doch nicht der ernst oder hä besser zusammen was ist das denn aber wahrscheinlich ein dings zu machen äh ein gemeinschaftsprojekt so läuft die lisa jetzt hier rum oder hä sag bloß die wohnt nicht mal hier was zur hölle was ist das denn hier ach so das ist der rechner hier von oben ja und jetzt das war es jetzt oder wie das ist jetzt die heiraten ich dachte jetzt ändert sich vielleicht noch irgendwas ja was ist jetzt das ziel im spiel soll ich jetzt ist das ziel jetzt hä gibt es jetzt ein richtiges ende oder gibt es kein richtiges ende weil ich habe jetzt als ziel ah ne da ist da die lisa die wohnt doch hier ich rede mal mit der hey präsentation zieh dich um wow das war jetzt krass ne das war jetzt krass jetzt geht es wieder zu einer hässlichen kack präsentation oh die gehen mir so auf den sack diese präsentations weil die flitterwochen verbringen wir hier wahrscheinlich wahrscheinlich mit unseren mitarbeiter und die drei leute laufen da rum während wir unsere flitterwochen da im ehebett verbringen ja ist ja nicht so schlimm die müssen ja arbeiten geld muss ja irgendwie verdient werden naja das war jetzt irgendwie nicht so toll wie ich dachte hm ja ich bitte um eure bla 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 aber die frisur habe ich glaube ich noch nicht gesehen ist die neu fluffy fluffy work out ja ist ja geil ey jetzt habe ich dann eine frau naja fusionieren der let's play kanäle wäre geil gewesen das wäre richtig geil wenn man die heiratet und die ist auch youtuberin dass dann einfach so ein gemeinschaftskanal entsteht oder so naja sie heißt ja jetzt lisa von snoops kanal sein adelstitel hat sie jetzt bekommen sie wollte nur mein geld hab schon gesehen hat ja schon klamotten gekauft für mein geld so darf ich jetzt endlich weiterlaufen nice 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 ich bin ein bisschen enttäuscht von der hochzeit die war ganz cool war eine schöne hochzeit aber jetzt was nun was ist unser neues ziel so ich glaube ja vorbei lisa ist eh nicht da die anderen ist für mich ein scheiß mach platz man ich bin jetzt pressefuzzi ich bin dran hallo ja ich bin's latenshi von snoops kanal ja so ein bisschen xp bekommen es hat gereicht für ein level up oh nice du das ist genug leute blablabla jetzt können wir uns speed machen oder speedruns yeah speedruns endlich eine neue kategorie perfekt da kann man ein spiel noch besser ausschlachten so muss das ich habe mich ob wir vielleicht noch ein paar pc komponenten bekommen haben oder so Tenshi danke dass du da bist bla 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 was haben wir hier neues talent punkt idea wie geht es dir schatz ich möchte dich sehen ja dann komm her baby hey wo rennst du hin hallo hey wo rennst du hin du verlierst abonnenten scheiße hey ich muss warten bis mit video fertig ist was für video was laberst du halt doch mal wie schnell das nach unten geht ich schwöre leute ich schwöre die wird uns verlassen ey wenn das nach unten geht boah wie nervig so jetzt heißt das mal spiele erst mal hier ja videos aufnehmen und zwar von den alten dingern so richtig alte wo wir richtig viele videos gemacht haben wenn ich wüsste von was war denn das hier haben wir glaube ich haufen gemacht oder nein hier auch nicht everybody hates irgendwas nein mhm zocker manager da haben wir richtig viel gemacht da können wir jetzt ein speedrun machen durch den zocker manager wie auch immer das gehen soll weiß ich nichts mehr egal das muss er hinkriegen das ist nicht meine aufgabe oh platz 4 ist belegt so blablabla 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 ja mehr geht ja bei einer nicht ne im gemeinschafts-optimprojekt könnte man machen eine werbung für honey ein walkthrough video von underwater sailor gladiator na klar machen wir na bin ich eigentlich noch im netzwerk oder bin ich schon raus geflogen aus dem netzwerk immer noch drinne das ist interessant sonst fliegt man doch immer raus Ah nein, das ist das ganz billige Netzwerk, glaube ich. Oh. Wie könnte man denn das Netzwerk wechseln? Ich glaube, wenn man keins hatte, ging das bloß. Ich glaube, wir sind bei den ganz billigen drin. Guck dir mal die Lisa an, ey, wie gut die schon ist. Passt auf hier. Äh, Moment, hier. Die Lisa, ey, die hat 3,1. Wir sind 3,4 und wir verlieren ständig mehr. Warum ist denn ein Plus? Okay. Ja. Ach, die Lisa, Alter. Äh, du da, bleib stehen. Zeige das Ergebnis des Videos. Ja, sieht gut aus. Kannst du hochladen. Da ist das Spiel. Du hast gerade frei. Video aufnehmen, dann machst du jetzt mal ein Walkthrough. Die wollten doch ein Walkthrough haben, ne? Shit, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ein Walkthrough, okay. Da werden wieder Leute wieder rummeckern. So. Ist das hier ein Netzwerk? Ah! Ne, ich bin beim Zweitbesten. Hä, hatten die nicht immer so Aufgaben? Von wegen, ich muss... Ne, das ist nur bei dem. Bei dem ist es hier, dass man Aufträge erfüllen muss. Ja, 250, scheiß drauf. Dann machen wir hier. Das reicht mir auch. Ne, hier auf ein Event muss man draufgehen. Das mache ich ja immer. Na gut, bleib mal da. Passt schon. Ist belegt, ist auch belegt. Dann gehst du auf die 4. Die kann nicht belegt sein. So. Ich glaube, wir müssen dann vielleicht doch noch ein Ein-Ein-Ein-Stellen. Wollen wir das als ultimatives Ziel sehen? Ein Ein-Ein-Stellen. Dass wir dann quasi alles gemacht haben, was geht. Ist ja irgendwie so. So. Okay. Wir könnten natürlich nochmal ein Gameplay-Video machen. Ein, ähm, Koop-Video. Kriegen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Eine Million, um genau zu sein. Vielleicht auch mal wieder Bock. Essen wir noch schnell was? Dann machen wir mit Lisa mal zusammen ein Dual-Video. So. Hier hat nichts zu tun. Er ist fertig geworden mit dem Speedrun. Na Gott. Ich wollte das Speedrun angucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Speedrun und? Boah. Interesse von nichts. Ich glaube, die müssen einfach uralt sein, bis ich da ein Speedrun machen kann. Speedruns sind anscheinend alte Spiele. Richtig alte Spiele sind die Speedruns wahrscheinlich. Mal richtig schön weit zurück hier. Das hat, äh, was hat eine richtig geile hier. Das hat eine geile Qualität. Davon können wir mal ein Speedrun machen. Man könnte auch ein Walkthrough machen, sehe ich gerade. Von den uralten Dingen. Aber vielleicht machen wir ein Speedrun. Mal gucken, äh, wie gut das ankommt. So. Und der Tenji. Der kümmert sich jetzt um die Lisa. Worum er die ist. Lisa. Wo läufst du wieder rum? Wahrscheinlich oben irgendwo. Lisa. 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 Hä? Kann das sein, dass Lisa gar nicht hier wohnt? Sondern. Weil hier ist sogar noch, weil hier ist sogar noch offen voll frei. Ey, wieso wohnt die hier nicht? Wo ist die Lisa, Alter? Ach, die kommt nochmal zu uns. Guten Abend, Schatz. Ich bin zurück vom Shoppen. Oh Gott. Ach, die ist zurück vom Shoppen, ey. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Hahaha. Ah, das, das Vibe, ey. So. Dual, natürlich. Dual machen wir. Natürlich an einem geilen PC. Aber es ist Platz 1, ist so gut. Wild Animal Dual mit Lisa. Mit der zweitbesten YouTuberin auf der ganzen fucking Welt, ey. Und jetzt? Wieso passiert nix? Äh. Lisa. Komm, Lisa. Wir spielen jetzt an der Konsole. Du startest die Aufnahme. Da lacht das Herz mit einer winkenden Begrüßung. Hinteraktive Lade, Schirm. Ja, da können wir doch ein urüberrechter schüttliches Gedankengut einfügen. Hahaha. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Da müssen wir erstmal drüber nachdenken mit einem Ratschlag. Zusammenfassung des Spiels. Das finde ich sehr verwirrend. Ein langer Kommentar. Du bist ein Level aufgestiegen. Äh. Alter, das ist viel zu teuer. Alter, das ist alles so teuer. Dann nehme ich den egocentischen Kommentar. Das ist auch teuer, ey. Die haben doch ne Macke. Ich hab noch Haufen Dinger vor mir. Ein Ausschnitt. Da lachen wir. Mit einem lustigen Kommentar. Das Spiel hängt sich auf. Das finde ich sehr ärgerlich. Und deswegen drücke ich einen singenden Kommentar rein. Weil es günstig ist. So, Zeit bevor das Spiel startet. Ja, kurzer Kommentar. Ich will irgendwie mit dem Punkt noch da hinkommen. Jemand töte dich. Unerwartet. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Darum schreien wir. Oder. Oder ein Mörderschock. Oder ein Mörderschockblick. Das reicht auch. So, zwei Stück müssen wir noch schaffen. Ne, drei. Ladebücher mit Hinweis. Ja, unlustig. Weil es billig ist. Es ist günstig. Du hast ein Easter Egg gefunden. Da können wir lachen. Darüber lachen wir doch nur. So 23 Punkte noch. Da können wir ruhig den feierlichen Schrei nehmen. Und jetzt hier. Beim letzten. Habe ich den Abspann noch. Zum reinhauen. Ja, da habe ich noch ein Haufen Punkte übrig. Vielleicht doch nicht so scheiße sein müssen. Aber egal. Jetzt schneide ich das Ding zusammen. Warte, mach das Walkthrough. Scheiße, ich muss ein Walkthrough machen. Hä? Wieso hat er das nicht... Oh. Shit. Shit. Ich hätte das noch raushauen müssen, ich Idiot. Oh Gott. Ich habe das nicht hochgeladen. Ah. Ja, das kann ja was werden, Leute. Das kann ja was werden. Hier urheberrechtlich geschütztes Material. Das schnappen wir uns natürlich auch noch heute. Irgendwann wird das da mit reingeschnitten. Das hier nehme ich mal so. Dann können wir das hier noch reinmachen. Ja, alles irgendwie kacke. Was soll ich tun? Es ist halt kacke alles hier. So drei. Drei ist ein bisschen wenig. Aber egal. Scheiß drauf. Dann haben wir noch ein bisschen was für die schauspielerische Kunst. So. Noch mehr Schauspielersachen. Habe ich hier oben noch welche? Hier. Ja, schnitttechnisch vielleicht auch. Scheiß drauf. Rendern einfach. Interesse ist spitz. Steht auf jeden Fall. Hochladen jetzt ganz schnell. Jetzt ist der weggerannt. Ich hoffe, sie hat das Walkthrough gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, die hat das Walkthrough gemacht. Scheiße. Ja, ich habe noch ein paar Tage gezeigt. Das Hochladen geht schnell. Das Rendern hoffentlich auch. Alter Falter. Ich wollte es mal gemacht haben, weil das hier als Aufgabe da ist. Deswegen. So, zeige das Ergebnis. Speedrun kam auch nicht gut an. Alles scheiße. Ich brauche bessere Spiele. Ich muss mir was kaufen gehen. So. Wir gehen mal shoppen. Äh, finde eine Lösung für das Copyright. Äh, Hilfe von deinem Netzwerk. Das, der wird das schon hinkriegen. Der Computer arbeitet. Da kannst du doch nicht einfach was einkaufen gehen. Werbevorschlag. Juhu. Alter, der Computer lädt was hoch. Ne, der rendert, der lädt was hoch. Deswegen. Jetzt aber. Meine Fresse. Weil das Dual bewerbt man einfach noch ein bisschen. So. Wir wollen ein Spiel kaufen. Ein gutes Spiel. Eine geile Neuerscheinung. Das wäre nice. Ja, japanische Monkeys. Klingt geil. Kam am Dezember raus. Perfekt. Oh, hier Nintendo. Siehst was. Jamaika Mail. Das ist alle kacke hier. Ey, wieso sind die alle so billig? Voll die billigen Drecksdinger, ey. Voll billige Spiele. So sieht es in der Zukunft halt nun mal aus, Leute. Die Spiele werden nun mal billiger. Wegen Konkurrenz und so. Hä? LOL. Das hat die Lisa gekauft. Die Lisa hat einfach hier irgendwas gekauft, oder was? Das ist ja unerhört sowas. Unerhört Lisa. Oh, ich hab mal eine Million XP bekommen. Eine Million ist ordentlich viel. Seh ich grad. Die Lisa. Kam auf einmal mit dem Ding an. Und er hört. So, du machst mal was. Und er hört, was die macht, ey. Dann, äh, am 10. Dezember ist ein bisschen älter schon. Das ist am 13. Das ist am 14. Interesse ist ja am höchsten. Also machen wir hier mal eine Review. Danke. Aber es wird eins. Ist okay. Und du? Ah, was haben die oben gemacht? Die zwei in der Ecke. Damit ich sie nicht sehen kann. Aha. Du machst von hier ein Review. Naja, es ist okay. Ist okay. Die dürfen sich auch untereinander auch mögen. Da hab ich ja nichts gesagt. Das ist ja alles okay. Okay. Dann geht mal hier. Headrod Chili irgendwas. Gameplay. Für Review ist es, glaube ich, zu spät. Das machen wir so. Das mit den Speedruns finde ich ein bisschen komisch. So, und jetzt müssen wir uns jemanden aussuchen, tatsächlich. Da gucken wir mal an der Rangliste. Wobei es eigentlich scheißegal ist, auf welchen Rang der ist. Man kann ihn trotzdem einfach so nehmen. Äh, haben wir hier noch. Julia haben wir noch. Aber Julia, äh, haben wir ja schon. Die gehört zu uns. Sie gehört zu uns. Sie gehört zu uns. Und der gehört auch schon zu uns. Äh, Mika gehört auch schon zu uns. Hier, du bist der Nächste. So. Wie heißt denn der? Dayton. Dayton. Okay. Den werden wir jetzt mal nerven, indem wir mit dem chatten. So. Das wird unser nächstes Opfer sein. Das Opfer. Das nächste Opfer. Du, 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 du. Ja, wir haben jetzt ne Hochzeit gemacht. Wir haben jetzt ne Frau, aber irgendwie kam jetzt nicht so was wie, ey, ich hatte, ich hatte geheiratet oder irgendwas, weißt du? Irgendeine Zwischensequenz kam irgendwie nicht. Alter, guck mal, wie schnell das hier hoch geht bei dem. Oh, irgendwas stand da unten grad. Shit. Ich hab's aber weggeklickt. Irgendwas stand da unten. Was für ein irgendwas. Hm. Äh, schon fertig mit dem chatten? Chatte weiter mit dem. So. So. Ja, der will auch mal ins Bett gehen. Ja, jetzt geht's schon, dauert's ein bisschen länger schon. So, die haben alle noch was zu tun, das find ich gut. Oh, der ist die Lisa. Ich glaub, die Lisa, da müssen wir echt mal wieder mit der kreten und quatschen und küssen und umarmen und was weiß ich, was die alles will. Alter, was ist los mit dir, ey? Quatsch doch mit dem. Okay, der Gladiator-Walk-Tool, äh, lief nicht so gut. War aber klar. Sollte ja bloß, äh, bloß, äh, XP bringen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Neues Video. Oh, sehr schön. Da kannst du gleich von Galactic-Dings gleich noch ein bisschen was machen. Äh. Galactic-Graveyard. Vielleicht mal ein Gameplay-Video hinterherjagen. Finde ich gut. Da ist die Lisa wieder. Hallo, wie geht's dir, Schatz? Ich möchte dich sehen. Die wohnt nicht bei uns. Können wir die nicht irgendwie einladen? Ich mach mal den Chat weg. Können wir die nicht irgendwie einladen, dass die bei uns einzieht oder so? Schau mir beim Spielen zu. Schau mir beim Spielen zu? Soll das heißen? Soll ich ein Let's Play machen oder was? Ein Gameplay-Video zu machen ist sehr einfach. Denk ein bisschen darüber nach, was du sagen willst. Ich soll ein Let's Play machen. Dann krieg ich auf jeden Fall eine neue Stufe. Hm. Aber ich geh erst mal schlafen. Okay. Ne, das ultimative Ziel wird auf jeden Fall sein, den letzten Mitarbeiter einzustellen. Weil dann haben wir alles. Wir sind auf Platz 1. Wir haben eigentlich können wir das letzte Netzwerk, können wir auch locker beitreten. Wir haben einen Haufen Geld. Wir haben Lisa geheiratet. Und ja, was noch? Was noch, Leute? Gut, Leute. Ich denke, heute machen wir pünktlich Schluss bei der Folge. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir, den Mitarbeiter zu kriegen. Es könnte also sein, dass die nächste Folge vielleicht sogar die letzte wird. Wir werden es sehen. Das wird noch beworben hier. Das sieht so gut aus. Okay, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi hier von Snoops. Gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.